Okay, ich glaub, ja, willkommen zurück, meine lieben Freunde, seit Ewigkeiten mal wieder ein Let's Play. Ja okay, so lange ist es gar nicht her, das sag ich irgendwie jedes Mal. Fick dich. Oh scheiße, 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 geh weg. Wichser. Okay, ja, wir spielen hier mit meinem Royal Soldier wieder. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so reißen. Ich hab gerade schon ne Runde da drauf gespielt und ehrlich gesagt, ihr wisst ja, ich snipe wie ein Brot. Oh oh, fick dich. Scheiß Tonic. Lappen, Alter. Lappen. Wichser. Ey, nee, Alter, jetzt snackt er sich nen Tonic und dann killt er mich. Okay, ähm, ja. Okay, mein Team ist ganz schön schlecht. Das ist cool. Wir verstecken uns hinter dem Tank. Wenn der Bastard jetzt, oh oh, wow, das war knapp, Alter. Fast hätte mich der Tanker schlagen. So ist natürlich ein bisschen schwul, dass man die Tasten hört. Hey. Stirb, Kartoffel. Oh, ha, oh, ja, na. Okay, nein, das war natürlich einfach. Ähm, und ja, jetzt schauen wir einfach mal weiter. Okay, okay, okay. Ähm, ja, meine DPI ist natürlich für Sniper jetzt abgestimmt. Allerdings ist mein Pissclame dabei für nen Arsch. Hör auf da oben. Was? Diese Scope-Bugs, Alter. Komm, wir geben ihm Airborne. Ins Gesicht. Oh, lord. Oh, lord. Oh, das wird nix. Das wird nix. Okay. Ähm. Wo ist eigentlich mein Team, Alter? Oh, oh. Ah, Sniper. Hallo. Oh, oh. Fuck it. Ja, nee, irgendwie, keine Ahnung. Mich zieht's die ganze Zeit aus dem Scope. Was ist denn da los, Alter? Was soll der Goat? Hey. Nicht nochmal, Alter. Ha. So. Jetzt aber. Okay. Jetzt lass mal hier rausrushen. Routh rushen. Hm. Okay, vielleicht werde ich ein Dual Commentary jetzt mit nem Kumpel machen. Demnächst. Ähm. Ich wollte jetzt einfach das nochmal alleine machen. Sonst hätte ich das vielleicht jetzt schon gemacht. Ähm. Weil ich war grad mit ihm im Skype. Deswegen hab ich auch so lachen müssen, als ich hier erstmal reingefrasht bin. Und. Alter, die gehen mir richtig auf den Sack da oben. Was machen die da eigentlich? Okay, jetzt rushen wir da einfach mal wieder durch die Map. Hey, wieso hab ich denn so wenig Punkte? Und der so viel, Alter. Wo ist der denn? Moine Phrase. Wo ist der? So, da läuft ein Mando rum. Aber ich will den Mando marken und nicht wen anders. Da ist er. Oh, oh. Ich seh den nicht. Jetzt. Reißer. Nein, ich will nicht einsteigen. Danke. So. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Mando haben wollt. Weil, ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Mando-Spieler. Deswegen hab ich die auch beide auf so einem niedrigen Level. Ähm. Wir haben 14 und, ne, ne, wartet. 13 und, ja, 14 und 16. Das ist eigentlich sinnlos. Komm. Fuck. Und, ähm, ja, mit Pistol treffe ich wirklich nichts mit der, mit der etwas höheren DPI. Und das Problem ist jetzt leider, dass man die Tasten auch ein bisschen hört. Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich das irgendwie umstellen. Ich hab mich da jetzt vorher ein bisschen erkundigen wollen, als ich das Let's Play gestartet hab. Also, bevor ich das gemacht hab. Aber, ich hab da jetzt noch nichts gefunden. Irgendwie halt den Schall dämpfen. Das kann man ja bei TeamSpeak und Skype und so auch machen. Dass ja den Ton einfach... Oh, lol. Schon wieder? So ein komischen Bug, alter. Jedes Mal geht er aus dem Scope. Ich glaub, ich hab einfach einen schlechten Ping. Oh, oh. Schnell weg. Weg. Los. Komm. Okay, doch nicht. Sind die an unserer Flagge, oder was? Jetzt komm doch da raus. Hey, was geht denn ab mit dem Admin-Chat, alter? Ich bin hier VIP auf dem Server, deswegen spiel ich hier. Sonst mag ich solche Server ja gar nicht. Die Server, auf denen jeder angezeigt wird, der draufjoint mit seinem GGC-Profil, geht richtig auf den Sack. Oh. Oh, Pistol. Ist natürlich ein bisschen Fail dabei. Schau. Er geht immer aus dem Scope, alter. Jedes Mal. Was soll das? Okay, jetzt versuchen wir mal, die ein bisschen zu backstabben. Hier schön mit der Seite. Ihr wisst, wie's läuft. Von der Seite. Gib ihnen Kante, alter. Okay. Hey. Ja, okay. Jetzt hat der Noob geschrieben, ist klar. Das ist ein Noob. Oh, scheiße. Oh. Fuck it. Nein. Verdammt. Na, okay. Schon wieder der, alter. Wo werde ich jetzt gespawnt? Bitte nicht ganz hinten. Ja, okay. Das geht gerade noch so. Hier immer schön den Strich hier machen. Nicht diesen. Ups. Weil sonst belästigt ihr eure... Oh, lol. Sonst belästigt ihr eure Teammates. Das wollt ihr nicht. Sonst rollen sie euch wieder an und gehen euch nur unnötig auf den Sack. Oh, oh. Scheiße. Oh, es frisst meine M. Ey, du dreckige Tonic-Schlampe. Nein. Fuck you. Wichser. Meine Phrase. So ein Lappen. Schaut ihn euch an. Ich spiel nur mit 80 verfickten Lives. Und dann snackt er sich trotzdem Tonic, weil er es anders nicht kann. Mann. Okay, 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 okay. Dafür gebe ich ihm jetzt. Wo ist er? Na, okay. Ist schon tot. Den kriege ich nicht mehr. Schauen wir mal weiter. Da kommt einer. Auf die Bridge geflogen. Ja, jetzt. Los, gib ihm. Gib ihm, Kante, Digga. Was los? Okay, wie gesagt. Ja, Dual Commentary werde ich vielleicht jetzt mit einem Real-Life-Kumpel zusammen mal machen. Ähm, über Skype dann. Oder ich lade ihn einfach ein. Mal schauen. Aber über Skype müsste ich halt erstmal mich mit den Einstellungen erkundigen. So, also ich teste das halt dann davor kurz, dass ihr ihn genauso laut wie mich hört. Ähm, ja, das ist immer ganz... Hey, LOL. Also, der wusste, dass ich noch hier bin. Jetzt traut er sich nicht mehr. Jetzt traut er sich nicht mehr. Los, komm raus. Da, 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 da. Oh, oh. Oh, lol. Easy snacked. Leicht. Nein. Fuck. Shit. Ich hab nicht gesehen, dass der Dual Shotgun hat. Ich dachte, da ist einer ohne Pistol Aim. Verdammt. Okay, gleich wieder raus. Oh, ich hab den noch gekriegt, Alter. Richtig edel. Oh, die pushen wieder durch. Oh, level up, lol. Oh, oh. Der trifft was. Fuck. Geh weg. Es ist ein Knifer hinter mir. Nee. Oh. Ja, hurra. I got level up. Okay. Oh, nee. Leck mich mit deinem Nade-Slam, Alter. Los. Oh, oh, nein. Nicht nochmal verrecken jetzt, Alter. Nicht die ganze Zeit, Alter. Okay, nur noch eine Minute. Fuck. Ja. Roadkill ihn. Gib ihm. Okay, das wird nichts mehr. Oh, scheiße. Scheiße. Oh. Weg. Scheiße, Knifer, geh weg. Wo ist der andere? Da hinten. Der verpisst sich schon. Der snipet doch da hinten jetzt, oder? Egal, Alter. Hier, komm. Einen Kill mach ich noch. Hey, was denn? Nein, Alter. Nein. Scheiß Tank Noob. Verpiss dich. Scheiß Rakete, Alter. Raketending oder Flugzeugflügel, was auch immer. Okay, komm. Last Kill wird noch ein Airborne. Der heilt mich. Richtig chillig. Chillige Sache, Freund. Oh, oh. Ja, okay. Ich glaub, das war's dann. 19.3 oder sowas. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil... Ich hab das Video jetzt auch auf den Kommentar gemacht. In meinem letzten Video hat jemand geschrieben, ja, er möchte gerne mal wieder ein bisschen mehr Let's Plays sehen, weil die ein bisschen langweilig sind und so. Ja, und deswegen... Hab ich natürlich jetzt eins gemacht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Okay.